so dann schauen wir mal hier sind wir jetzt auf welcher höhe auf der höhe das heißt das ist schon allgemein zwei höher das heißt um es drei höher zu machen das ist blödsinn also drei reihen platz dazwischen müsste ich dann hier anfangen und das ist wie viel höher im Vergleich zu dem ernsthaft jetzt hänge ich wie blöd hier drin das heißt es fängt hier an so 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 noch mal kurz da machen wir die doppelte spitze gleich mal fertig wie ich später wasser reinkriege weiß ich auch so 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 und lass und lass das rein und so füllen wir dann das ganze Ding hier auf so so das wird natürlich dann ganz voll laufen ist klar dadurch dass das ganze jetzt natürlich etwas höher wird als geplant brauchen wir wahrscheinlich noch einen vierten kommandoblock und hier ganz oben drauf setzen wir noch einen eine seelaterne gut auf der anderen seite stand die crafting box können wir noch mal ein paar halbsteine machen dann haben wir die schon mal weg dann brauchen wir quasi nur noch glas und ein bisschen kleinkram fürs dach und natürlich jede menge fische die wir später hier aussetzen so 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 Hör, 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 hör. So, vor allem fangen meine Augen jetzt auch an zu brennen, kommt halt auch vom Heuschnupfen. Das ist echt zum Heulen, also dieses Jahr wird ganz schlimm, habe ich so im Gefühl. So. 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 und nummer drei von 9 1 der kann war noch da kommen wir noch den vierten anfang schaffe ich diesmal und 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 so das war's